Suchst du einen kabellosen Nagler, der Präzision und Leistung ohne Kompressoren oder Gaskartuschen bietet? Dann ist der Bosch GNH 18V50M genau das Richtige für dich. Dieser vielseitige Akku-Holznagler kombiniert kraftvolle Leistung mit einer unkomplizierten Handhabung und ist ideal für verschiedene Projekte, wie das Anbringen von Zierleisten oder das Zusammenbauen von Möbeln. Lass uns einen detaillierten Blick auf dieses Werkzeug werfen und seine Eigenschaften, Stärken und Schwächen analysieren. Der Bosch-Nagler wurde für Profis entwickelt, die kabellose Freiheit und präzise Arbeitsergebnisse benötigen. Er verwendet 18-Gauge-Nägel mit einer Länge von 16-50mm, was ihn ideal für Projekte macht, bei denen kleinere Nagellöcher gewünscht sind, etwa bei der Möbelmontage oder beim Befestigen von Leisten und Zierleisten. Die stufenlose Tiefeneinstellung sorgt dafür, dass Nägel perfekt versenkt werden, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Dank des eingebauten LED-Lichts behältst du auch in dunkleren Arbeitsumgebungen den Überblick. Das ergonomische Design mit niedrigem Rückstoß minimiert die Belastung deines Handgelenks selbst bei längerer Nutzung. Eine besonders praktische Funktion ist die Trockenschusssperre, die verhindert, dass das Gerät leer feuert und dabei dein Werkstück beschädigt. Zusätzlich kannst du zwischen Einzel- und Kontaktfeuermodus wechseln, je nachdem, ob du präzise oder schnell arbeiten möchtest. Der böstenlose Motor sorgt für eine lange Lebensdauer und reduziert Wartungsaufwand. Diese Technologie nutzt den Akku optimal, sodass du länger arbeiten kannst, ohne dass die Leistung nachlässt. Dieser Nagler ist Teil des Bosch Professional 18-Volt-Systems und ist mit Pro-Core-Akkus kompatibel, was dir noch mehr Flexibilität bei der Auswahl deiner Batterien bietet. Willst du das Beste aus deinem nächsten Projekt herausholen? Klicke auf den Link in der Beschreibung, um mehr zu erfahren oder dieses Gerät direkt zu kaufen. Es gibt kein perfektes Werkzeug und auch der Bosch Nagler hat einige Schwächen, die es zu berücksichtigen gilt. Schwermit-Akku, Akku nicht enthalten, hoher Preis, maximale Nagellänge auf 50 mm begrenzt. Doch die Liste der Vorteile ist lang und macht deutlich, warum dieses Gerät bei Profis so beliebt ist. Kabellose Freiheit, bürstenloser Motor für lange Lebensdauer, stufenlose Tiefeneinstellung, vielseitig einsetzbar für Zierleisten, Möbel und Böden, geringer Rückstoß schon für das Handgelenk. Der Bosch GNH 18V 50M ist die perfekte Wahl für alle, die Präzision, Leistung und kabellose Freiheit kombinieren möchten. Ob du ein Profi oder ambitionierter Heimwerker bist, dieser Nagler bietet dir genau die Funktion, die du brauchst, um saubere und professionelle Ergebnisse zu erzielen. Das ergonomische Design, die einfache Bedienung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder Werkstatt. Wenn du mehr darüber erfahren oder ihn direkt bestellen möchtest, findest du den Link in der Beschreibung. Abonniere unseren Kanal, hinterlasse einen Kommentar und bleib für weitere Reviews dran.